Nennen Sie die Elemente eines PC, Strukturzahl 3, das sind im Wesentlichen drei Elemente. Da ist das Gehäuse, dann ist da die Hauptplatine, auf Neudeutsch Motherboard und dann ist da die Peripherie, die Umgebung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.